Hey, sind alle da? Das ist total abgefahren. Wir sollten vielleicht versuchen, rauszufinden, wo genau auf der Karte wir uns befinden. Wir müssen einfach auf alles gefasst sein, was auf uns zukommen könnte. Welche Kampferfahrung habt ihr aus eurer Welt? Ich kann ein paar Wrestling-Moves, die man lieber nicht zu Hause ausprobiert. Das war's. Nehmt eure Schwerter. Nicht alles bei uns in Everrealm ist. Ja. So wie es scheint. Ich bin mir sicher, dass jeder hier eine Herausforderung gewinnen will. Vertraust du jedem im Team? Die Magie von Everrealm ist überall. Leute, hier! Was war das? Nur jemand, der nicht aus diesem Reich stammt, kann das heilige Band zwischen Everrealm und den Fates wiederherstellen. Es gibt acht Wege hinein und nur einen hinaus. Los geht's. Aber am Ende gibt's ein größeres Ziel als nur zu gewinnen. Oh Mann, wie komme ich hier wieder raus? Und nun soll die Suche beginnen. The Quest Sie sind unentschlossen. Sie denken, Teenager sollen uns helfen, unser Königreich zu retten? Nur auf Disney Plus.